Ein historischer Augenblick. Marita Wolf beschreitet das Brandenburger Tor. Und nochmal ein Blick zum Brandenburger Tor, wie wir da runter schreiten. Wie geht das? Äh, wie geht denn die Russen? Eins, zwei, drei. Oh, ich hab auch. Und da ist die Sonne und... Oh, ich guck mal, was ist da, wie heißt das? Da ist die deutsche Reichsdager. Und da sitzt so die gute Alte, Angela. Und da ist eine Berlin-Rückschein, willst du fahren mit dich?